Warte! Ach, das ist mein Verteidigung. Komm mal, oh, die Viecher greifen ja erst mal gestern. Verweckert! Hast du schon vergessen, wenn du da ran kommst. Oh, da kommt noch ein. Boah, diese hässlichen... Schlitzeljäger springen bei mir hoch schon. Oh, ne, Schlitzer? Echt? Ja, das meinte ich. Die sind extrem nervig, die rennen bei mir auch schon um. Ich wehre hier einfach mal die Barrikaden auf. Ne, die sind nicht kaputt. Ich dachte schon, ich renne nach oben. Fünf. Das dauert aber auch lange später. Ja. So, jetzt habe ich die Seiten gleich alle auf zwei, alles was da ist. Der alte Stab. Handschuhe. Wobei, nächste Runde ist auch schon wieder letzte Runde, also... So ist nicht. Siehst, deswegen... Das war keine große Kunst hier gerade. Ich bin allgemein. Ich weiß nicht, dass ich nicht drin. Ich kann sein. Darüsten muss noch zweimal die Dings aufwerfen. We sert. Vorneγier. Korrekt führt. Best folgen. Das scheint gut für mich zu sein. Hier, dass ich hier... Wo für mich jetzt... Oh, Stufenaufstieg auch gut. Äh... Ihr liegt nun schwer mehr. etwas das haben nicht ist und eine fette Axt komm noch ein Oger irgendwo das muss geblieben zwei Stück oder wird schon mit einer und 8 Schlitzer und noch schlitzende ich habe sie sich nicht und dann kommen nur ein Oger das ist ja wirklich das passt auf meinen also ich war hier oben ein Superton rauf das waren die Null ich werde nicht reparieren so die Seiten sind stabil gesichert Kuhnheimer schnell und holen Nuno Unruf die sich in Schwert für dich rausgekommen Achtenschein 50 kommen und das ist für mich was gut ist und muss sie nachher mal ausrüstensiv haben es können da ich bin auch noch meine Kisten und dann gute Handschuhe das ist ja nur 3 und 6 und 20 wird noch mal den Superton nur einmal aufwerden oder neben der Dichtlinie die Hälfte Schauschen zweiten Woche ja ich glaube so schlimm ist das nicht auch bei sie nicht wenn man schon für mich überhaupt nicht so toll naja ich habe ihn hätte man ich habe halbwegs aufgehalten weil er ständig auf mich ist und ich das kann man noch auch nicht bei der sonst noch ein Blitzturm hin noch eine zu und es ist die neuen das E-Welt verloren also daher das ist Teil der Säge ist ohne Zirk nahe so gut Prozent von noch ein paar Hecken schützen die zu bekommen Zirk und Regie aber wenn das funktioniert bis soweit wenn man mit dem ich bin auch gleich und ständig um auf mein supergeschütz ihr kommt hier nicht rein und ready komm doch jo, drachen oh ja ja, stimmt, okay, meine Ballisten greifen das hier mit an kommen ja echt alle wunderbar zu einem klasse Zeitpunkt zusammen so kommen die Drachenverteidigung das war einer, direkt Dragon Wars der Oger ist schon da, ja wo ist er? der kleine Turm oh ja oh, wenn ich nur schneller drücken könnte, ey, ohne Mist oh Gott, oh Gott, sie sind durchmarschiert meine, meine Seite ist gefallen meine eine Seite ist gefallen zu viel Hexeneister oh, oh oh, oh oh, oh oh, hier geht aber richtig oh nö oh nö, wir haben echt verloren They're Geil ohne Mist, ey ohne Mist Scheiße das haben wir nicht geschafft Noor was den Ruhig-Königlichen Geld das Kaffee Prozent Level wiederholen ach du scheiße und mehr vor allem wir haben das so locker gespielt werden diese eine hässliche Runde wenn die alten Hexen und dann müssen wir darauf aufpassen wirklich ja sonst bleib ich denn die ganze Zeit an den Seiten einiges gehen gar nicht so wurde mal so acht kommt hier ins Leben mit zehn Minuten da noch nicht tun am besten das gleiche gerade Prozent und ich bleibe in der Zeit an den Seiten also der Oger denke ich ist kein Problem ein die hässlichen Flugflücher gehen ja um bisschen und sagt muss ja es geht aber noch nicht schnell war das stimmt auch nicht so auch noch ein Tor übrig sehr schon veranfangen ich habe die gerade noch so du musst du nicht was sagt Tick Schell weg ich kann durch die Wand ziehen die so und müssen wir so verteidigen noch eine große Kunst hier hier war der falsch also unten war eigentlich relativ einfach so bei zwei Ballisten gegen 1000 Viecher ist auch ein bisschen heftig ein die ich habe auch nichts mehr also ich bin blank ich kann oben noch gleich ein paar Dings hinbauen zwei Schildern ja 64 63 2 60 ey wenn das diesmal nicht klappt echt vor allem so leichtsinnig ne ohne Mist denn ah diese Scheißrunde wohnung ist es geht ja gar nicht sag mal nicht ob sie sitzen lassen verrecke ich gehe durch wie mit dem Elektroschock ey immer aufladen dann alle Niedermetzeln Jui das geil ist ja die feurige Runde haben sie noch nicht mal die Barrikaden beschädigt 10 auf einmal kommen sie durch nur gut ist wohl wie der letzte Oli ist jemand das Teil fast gewesen die eine Azzurie ist ja eine Seite durchbrannt ja da haben wir beide nicht aufgefasst kann der Nähe wo sie denn durchgegangen Karin hier vor dem Weg und er war der Feuer ist es kann es könnte auch gewesen sein ja das könnte sein es ist so nun mal ich bin jetzt mal ein bisschen auf Angriffsrate vom Helden ich bin ein bisschen blöd hier ich sehe schon wir schaffen auch wieder nur das eine Level ja das glaube ich aber auch echt so kommt hier erstmal ne den Lobob kann ich ja später bauen ich hab hier einen Schuss drauf 8 so dann kommt dann äh Feuerturm ich bin ich bin ich bin die erste Tor und dann drüben den Feuertum und die drüben passt passt wo ist das hin weil die schnick schnack ach noch das sieht auch gut aus Katapult oben auf die Blumenvase platziert wenn man sich von der dekoden Atmosphäre ist es schon schön eigentlich muss es ja schön wenn ich überall untote Laufen rumlaufen so idyllisch und drüber auf die andere Seite da ist man hier eigentlich ist du und die heißen das Spiel Prozent vor Epic Loot in die Bühne und keine Ahnung ich weiß nicht das hat Prozent die Smith gemacht da ist ein Video somit und schenkt was die letzte Truhe haben ich glaube ich habe nur eine genommen ist hier ich habe auch ja ich habe schon heute deswegen einen Teil und Turmbauen leichter und passt es klick da oder starb und Stiefel die nichts taugen und und ich lege den Blitztrunden Schutti die voll übertrieben wie große Schwerter sind ja mein Stabau weil die es kann er sich gar nicht jetzt zehnmal so groß wie du so so go go get gott hier in der seite gleich deswegen gesagt weiter geht's 3 wasch bestimmte Bombe vor hässliche Hexenmeister ohne Mist bei den Einzelgegen noch dort die Türme ganz schnell die Kleine ausgeschaltet den großen und den großen das war schon die ich die anfangs sehen sind wirklich ein Witz aber dann später er merkt schon ja die letzte Welle war ja wohl mehr Handel von Nürnchen Hexenmeistern und wir haben alles geschafft und dann die letzten das Teil zum Kotzen am meisten hier hinten ich brauche schon mal in Subetum aufwärten kann ich auch spielen die Köln schwer und dieser Stab rausgekommen ich bin die Summe die Köln oder vorne so wie soll das stufe 1 es ich bin ich ich finde das nicht so ist aber auch noch die Truhen kann ich nachgeguckt und nun mal wollen die Ballisten kriegt ein Level ab die Ballisten kriegt ein Level ab was stimmt jetzt sehe ich es auf beiden Seiten kommen unterschiedlich viele unterschiedliche Gegner ja sie ist deswegen wahrscheinlich deswegen wurden die er überrumpelt 5 auf jeden Fall der Feuerturm kommt ein Level wieder du hast noch eine letzte Truhe ist die ganze unten? ja gut dann rein ich sie gleich noch mal runter bräuchte mich denn auch und die hier kommt ein Level ab prob ich mich wählen die letzte Truhe und dann repräg ich noch ein bisschen was weil ich sehe hier schon einiges wieder ein bisschen von deinen Barrikaden irgendwie immer komischerweise weil die mal rankommen ja es sind wahrscheinlich die TNT-Viecher ah stimmt siehst die Glatschen ja nur du bist weil ich hatte auch die Ballisten waren ein bisschen beschädigt ach werte Samurai ne ist durch nicht mehr deine Gruppenklasse wenn es Level 2 ist ne irgendwie nicht